So los geht's Steal the cars Ok wir müssen Wieso sind wir in Matherrather und müssen Autos klauen Das macht schon mal gar keinen Sinn Mit dabei sind Kerem und Daniel Und Oh scheiße Ja Wo ist denn der Ausgang? Wieso haben wir 4 Sterne Oh oh Ja wir müssen aber die Autos dahin bringen Ja Die sollen unsere Autos dahinten bringen Ja die Autos die wir gerade fahren Ich glaube die müssen wir dahin bringen Nein guck mal dahinten gehts raus Tobi komm 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 Ja ich such grad nen Ausgang Ich hab einen wenn ich Oh da ist ein Panzer Lassen die mich hier einfach raus Lässt die mich mal kurz raus Oh nein ich hab mich gefahren Doch nicht Okay die lassen mich hier nicht raus Ich dachte ich kann einfach zu uns zum Ausgang fahren Und die die lassen mich ja ich bin tot Ich bin schon tot Was ist das für eine Mission Ach wir müssen nicht unsere Autos klauen Sondern wir müssen dahin gehen Und dann müssen wir die Autos klauen Aber wieso starten wir denn mitten in Matherrather Keine Ahnung hier sind 1000 Panzer Mann das ist auch nicht mehr cool Ich bin tot Das ist doch absolut bescheuert Wir hätten da rausfliegen müssen glaube ich Nein 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 Warte Daniel ich komme Tobi Wohin Sollen wir die weitermachen oder was Ja Ja Hä du bist doch tot oder nicht Ich lebe Wir haben drei Teamleben insgesamt Einmal kann noch einer sterben Aber wo ist mein Auto Hey Mann wo ist mein Auto Okay ich bin tot Ich bin tot Ah Ja okay Ein Teamleben weil ich bin ich einziger noch lädt Keine Leben mehr Noch ist Ja Sehr gut die Mission Äh Habe ich auf jeden Fall Bock darauf die weiter zu spielen Danke es zu mir für diese Mission Ganz ehrlich Was ist das für ne Rotze Ich klei ihn jetzt ab Ich krieg dich nicht mal tot wenn ich 50 mal drauf schieße Äh ich guck mir die Nachrichten an und beobachte dich Ja sehr gut Äh Entschuldigung ich hab mir mein Auto vergessen Nein Nein Hast du es gesehen? Nein ich hab damit zugefunden Das war voll geil Out of lives wow Er läuft den quasi in die Arme 410 Dollar Oh Gott Ja Ja Hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt hier Sollen wir die normal versuchen? Äh Die scheiße Oh ich hab euch auch gesehen Ja okay Sollen aktualisieren oder was? Ähm Haben wir ihn Lass das Rennen fahren Ich kann aber kein Okay Ah nee das ist mit Ist das mit Autos oder mit den? Ich glaub das sind mit Autos Ne ich glaub das mit Autos Ne ich glaub das mit Autos Ja das mit den Golfcars Mit den Golfcars ne Quats Das ist ja richtig geil Ja Oh geil Äh Oh bitte kein Radio man Ja danke Gütsfahrzeuge Mit Waffen Nein ohne Mama aus Nein das ist doch assi Ja okay Nein Kontakt ist geil Äh Äh So das alles an Hast du jetzt mit Waffen gemacht oder was? 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 Ich? Mit Waffen? Nein! Das heißt ja Okay gut Is Das wird richtig Is 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 Geht ruhig Ich Ich will den Pink Ich nehm Ich nehm einfach heißes Pink alter Und mach ich hör die ganze Zeit Geh mal Musik ey Ich bin heißes Pink junger So Ich bin ready Ich auch Ja dann geh doch auf ready Warte mal wo ist Tobi Da ist Tobi Setz mal ein bisschen was auf Tobi Na aber sag ihm dass du ready bist Okay Daniel bist du auch soweit? Ja ja Warte mal Warte mal Alles gleich hin Bärchen Bärchen Uh Da kommt die richtige Vorher von Neck Oh ist das behindert So ich zeig erstmal den Mittelfinger du Arschloch Oh Ich habe die Autos gemacht Ist nicht Weißt du behindert Ein bisschen mega langsam Oh Weapons Enabled Oh Oh keine Raketen Ich schieß euch einfach aus den Autos Oh mein Gott Fick dich What the fuck Er hat sich richtig den Arsch gemacht Warum hat der Waffen? Warum hat er auch keine Waffen? Ja Weil ihr Opfer seid Oh Gott Mein Auto ist so unglaublich schnell Ich bleib einfach stehen Jetzt hab ich ne Waffe So Oh Gott Schnell den Radiosender wechseln Ausmachen Radio am besten einfach aus So Ich häng da Der Teich kommt Oh Gott Der Teichjump Krass ey War das nicht schon Monster Stunt? Ich fand schon Ne Wenn du jetzt da ins Wasser fällst du Drecksling ne Ich kann das überhaupt nicht das mit dem Fahnen Oh Oh Okay Äh Oh Den Teichjump Den fällte ich 100 pro Das ist das Ziel Und Nice Und ich bin im Wasser Da Komm ich hier irgendwie raus? Ne Du schwimmst einfach so Du kannst glaub ich F gedrückt halten Was? F gedrückt halten glaub ich Und was dann? Ähm Wirst du glaub ich respawnt Stimmt Oh mein Gott Oh mein Gott Was macht denn Daniel da? Unsinn Easy Wie kann ich überhaupt schießen mit der Ich bin gegen den Busch zu fahren Moment ja bitte Alter Der ist grad schon der beste Spieler überhaupt Jungs Kein Auto rennen bitte Wie kann ich schießen wenn ich ne Rakete hab? B B Alter 4 Geht nicht Alter Warte Ne reparieren wir dich das Ding nicht Kraftattern 5 Sekunden B Ganz knapp B geht nicht You finished Du musst auch einer einsammeln vorher übrigens ne Ja hatte ich doch Knapp 2200 ey Ja das ist ganz okay Hast du gewonnen? Ja Boah geil dann hab ich meine Wette auch gewonnen Nice Du hast diesen Elfenbeinhändler Sehr gut Erstmal liken Ja ich würd sagen Falls euch das auch gefallen hat Dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da Und wir sehen uns im nächsten Video Bis dahin haut rein